Der 5-Seiter wurde schon mal von Marco getestet. Ich habe heute hier aber im Studio die 4-Seiter-Version. Das ist ein Sadowski Metroline MV4 in einem 59-Burst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, hier einer unserer beliebtesten Besse überhaupt. Das ist ein, ich habe es ja schon im Eingang gesagt. Auch ein Vintage-Modell aus der Vintage-Serie. Diesmal allerdings der Vierseiter. Das ist eigentlich das Modell, mit dem mein Kontakt zu Sadowski begann. Und das ist eines der meistverkautesten und beliebtesten Modelle, das wir im Laden haben. Ein schönes 59-Burst mit einem mintgrünen Schlagbrett und einem hellen Hals. Wie gesagt, wir hatten es bis dato immer als 5-Seiter, ging sofort weg das Gesamte. Jetzt haben wir zwei davon bestellt, oder zwei in einem Laden bekommen als 4-Seiter. Einer ist schon weg gewesen, da war er noch gar nicht da. Da war er schon vorbestellt. Das ist noch ein weiteres Modell, ein wirklich ein echtes Prachtmodell. Viele Leute kommen in den Laden und sagen, ja, Vintage, und das wird es jetzt auch bestimmt ein paar von euch geben, Vintage beziehungsweise Sunburst ist volle Kanne langweilig. Dagegenüber kann ich aber sagen, die meisten Leute finden Sunburst total genial. Und wie gesagt, dieses Modell mit dem schönen 59, also dem Two-Tone Sunburst, ist. Und mit diesem mintgrünen Schlagbrett steht, wie gesagt, völlig hoch im Kurs und ist auch eins wirklich der hervorzeige, weil es der Sidowski-Bass eigentlich schlechthin ist. In einer klassischen Kombination, wie immer aus der Metro-Serie, hier steht es auch nochmal Metro Line. Früher stand hier Sidowski Guitars, mittlerweile sind die ganz neuen Modelle. Da steht dann Metro Line drauf. Das ist jetzt ein M, also schon aus der 8. der Serie 8381. Ein ganz neues und da steht dann Metro Line drauf. Klassische Kombination, ein schickes Eschenholz, Eschenholz-Korpus mit einem Maple-Griffbrett, auch sehr schön, sehr hell, sehr weiß. Auf der Rückseite, wie immer, da bin ich jetzt nie so richtig drauf eingegangen, ist das ein Nitrolack, ein Seidenmatter Nitrolack, ein Hals, der sich so gut spielt, wie kaum ein anderer. Die meisten Leute, die haben von Sidowski noch nichts gehört oder viele Leute kommen in den Laden und suchen nach ganz anderen Bessen oder ganz günstig. Ich hatte auch schon Leute gehabt, die wollten gar keinen Bass kaufen oder sind nicht in den Laden gekommen, um Bass zu kaufen. Sagen wir es besser so. Und denen habe ich dann den Bass gegeben und was alle immer gesagt haben sofort ist, also natürlich der Sound ist gut, aber der Hals, der lässt sich ja so einfach spielen. Und egal, ich habe auch schon Gitarristen gehabt, die ab und an Bass spielen, die das Ding in die Hand nehmen und sagen, ich habe noch nie so einen Gitarrenhals gefüllt oder noch nie so einen Basshals. Also das geht wirklich wie Butter hoch und runter. Das macht der Roger auch extra so, also extra, dass es so glatt ist. Aber dass er dort halt keinen High-Closs-Finish wie hier benutzt, hier das High-Closs. Polyester ist sehr wetterbeständig, also sehr gegen äußere Einflüsse beständig. Da kommt nicht so viel ran. Bei diesen hauchdünnen Nitro-Lacken ist es nicht so. Die spielen sich ab oder wenn man es besser sagen würde, die spielen sich über die Zeit ein. Und da kriegt dann halt der Bass halt seine ganz individuellen Spuren. Also wer viel spielt, da sieht man das sofort am Hals. Wer kaum spielt und den Bass da hängen lässt, was eine Schande wäre für so einen Gerät. Da sieht man dann überhaupt nichts hinten drauf. Ich gehe mal weiter hier vor. Wir haben hier klassisch die Sadausky Elektronik, Master Volume, Balance Regler anstatt 2 Volume, Vintage Tone Control, sprich eine passive bzw. ich sage immer passive, eine Tonblende. Die im Aktiv-Modus, so ist das Modell aktiv. Hier oben sind Höhen und Bässe. Aber auch gezogen wird das Ganze passiv, dann fällt hier hinten der Regler weg und es sind nur noch die drei aktiv. Auch passiv reagiert. und jetzt habe ich noch den Bass gemutet, denn ich will das hier auch mal ganz kurz. Also, man kann es hören. Es wird alles dumpfer, was auch sehr wichtig ist, weil die Elektronik nur Frequenzen anhebt. Das heißt, ist sie ganz zugedreht, in Anführungszeichen, und man hat neue Seiten drauf, dann kann man damit so ein bisschen das Über-Crispe herausnehmen. Wir haben auch hier klassisch bei den Metros gibt es keine farbigen Mechaniken oder farbigen Brücken. Das wissen wir ja. Wir haben auch hier wieder klassisch Chrom. Die gebrandeten Mechaniken halt hinten sehr leicht zu bedienen. Das ist wirklich eine gute Mechanik und halt auch klassisch auf den gesamten Bass. Das ist einfach eine Optik, die man überall schon gesehen hat. Und gerade für den Sedowski als ein richtiges Arbeitstier wirklich universell einzusetzen. Hier hinten haben wir die Verschraubung. Man benutzt da seit geraumer Zeit keine Platte mehr, sondern hat ganz einfach vier Bohrungen mit stabilen Metallunterlegscheiben. Das sind aber nicht nur Unterlegscheiben, sondern die sind wirklich so, so dick. Das ist auch völlig ausreichend, weil die handwerkliche Arbeit steht bei Sedowski im Vordergrund. Nicht nur in USA. Die Fertigungsqualität ist in Japan super hoch. Genauso hoch. Vielleicht sogar manchmal ein bisschen höher. Der Roger hat mir gesagt, da er viele Kunden in Japan hat, die logischerweise auch amerikanische Instrumente spielen. Die spielen nicht logischerweise alles Instrumente, die aus Japan kommen. Gerade da ist das Modell aus New York sehr, sehr angesagt. Die werden aber, wie gesagt, betreut und gewartet in Tokio oder in Japan. Da nimmt man die nicht extra mit nach Amerika oder schickt sie dorthin. Und da gab es auch schon oft, das hat mir der Roger erzählt, eine Rückmeldung von dem Yoshi. So heißt der Bassbauer oder der Headchef da in Tokio. Eine Rückmeldung, wo es Sachen gäbe, die noch zu verbessern wären. Ist das jetzt richtig gesagt? Also ganz einfach, dass er, der Yoshi, diese New York-Modelle in der Hand hatte und hat gesehen, da gab es noch eine Ungenauigkeit oder da konnte man noch besser drauf achten. Ich weiß jetzt zwar nicht, auf was man da besser achten drauf sollte, weil die Qualität, wie gesagt, super ist. Aber da wird mit genauso feinem Auge hingeguckt, weil halt, so sagte mir auch der Roger, die japanischen Kunden sehr, sehr picky sind. Und dementsprechend sind auch, wenn die Kunden picky sind, dann sind natürlich auch die Leute, die die Bässe bauen, sehr picky. Und wenn man, man kann zum Beispiel hier sehen, Halsfräsungen, wie auch genannt Halstaschen, da passt kein Stück Pergamentpapier mehr dazwischen. Macht man die Schraubung ab, da kannst du eigentlich den Korpus am Hals noch halten, obwohl keinerlei Schrauben mehr drin sind. Also keine wirklichen Verbindungen mehr dazwischen. Die Pickups sind auch wieder zwei Single-Coils, Hum-Cancelling-Format in der 60er-Jahre-Stellung. Das heißt, 70er wäre hier ungefähr, ein bisschen näher ran, ein bisschen mehr als ein Zentimeter. Und das Ganze befindet sich halt in normaler Jazz-Bass-Stellung. Hum-Cancelling habe ich gerade gesagt, wird bei, wird zusammen, wurde zusammen mit Larry DiMacio und mit dem Roger Sedowski, wurde dieser Pickup-Typ praktisch entworfen, der halt ein sehr neutrales Klangspektrum hat. Sehr neutral, geht in keine Richtung, tut keinem weh. Nee, nee, das ist jetzt wieder zu negativ. Hat ganz einfach einen klassischen, modernen Jazz-Bass-Sound. Wer einen Vintage-Sound bei Jazz-Bassen sucht, bei Sedowski sucht, ist nicht unbedingt richtig. Sollte man aber was Moderneres haben. Eine Sache, einen Bass, der gut einsetzbar ist, der auch im Studio gut ist, von wegen der Hum-Cancelling-Pickups ohne Brummen. Dann ist man bei Sedowski immer auf der rechten Seite. Weil das ist die Marke, die man, eine der hochwertigsten Marken, oder die hochwertigsten modernen Jazz-Bass-Sound, den man eigentlich bekommen kann. Es gibt da eigentlich kaum wenig Bässe, die das genauso gut können. Das ist einfach meine Meinung. Und das ist auch, glaube ich, so. Ich habe viele Jazz-Bass-Klone gespielt und da gibt es einfach nicht so viele. Und es gibt da wirklich viele, viele sinnvolle Verbesserungen, die da praktisch oben draufgesetzt worden sind. Und die halt der Roger durch seinen Jazz-Bass-Pimpen Ende der 70er und Anfang der 80er, das er bei allen möglichen Profi-Musikern gemacht hat, ganz einfach erfahren hat. Und wie gesagt, dann auf der einen Seite natürlich auch das Chambering, das jetzt bei der New York-Reihe da ist, darauf auch aufbaut. Aber halt diese Erfahrung dann auch erfolgreich seit 2003, 4, 5, ich weiß nicht hundertprozentig genau, dann auch in dieser Metro-Serie weiterführt. Die, wie gesagt, hohen Qualitätsstandards absolut standhält und da einfach mit den besten Besten gut mithalten kann. Ich bin schon wieder voll im Feuer. Gut, das war eigentlich die Vorstellung dieses schönen Basses. Kommt in den Laden von uns und testet einfach mal. Wir haben eine große Ladung bekommen. Der Raum ist praktisch voller. Es sind Ausgebässe und bevor sie alle weg sind, kommt mal vorbei und checkt die Dinger mal an. Alles klar. Schönen Tag noch. Ciao. Alles klar. Alles klar. Wir machen dieses Jahr. Bis zum nächsten Mal. Wir machen diesen heute wieder. Es bin Halten. Vielen Dank.